Warum heiraten dein Leben ruiniert? Oh ja, wenn du die falsche Frau heiratest, dann kann das für den Rest deines Lebens negative Konsequenzen mit sich tragen, die du noch lange ausbaden wirst. Darum wollen wir dir hier in dieser Folge ganz genau sagen, welche Fehler du vermeiden solltest bei der Partnerwahl und wie du die richtige findest, mit der du dann auch tatsächlich eine glückliche Ehe führen kannst. Für den Rest deines Lebens jemanden gefunden hast, mit dem du auch zusammen sein möchtest, damit das Ganze kein Griff ins Klo ist, sondern für dich die schönste Reise und das schönste Abenteuer, das du jemals erleben wirst. Mit dabei haben wir Dominik van Aver, unseren Experten für Selbstbewusstsein, der da ist, genau, da sehen wir ihn, da winkt er vielleicht auch gerade, oh, da zeigt dir den Mittelfinger. Okay, ich wink mal, ich wink mal. Und meine Einer, Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst, herzlich willkommen beim Freundin finden Podcast und without further ado, lass uns loslegen. Und wieder ein Mann, der die falsche Partnerin für sich gefunden hat. Naja, gefunden, von gefunden kann man ja schwer reden, aber wieder ein Mann, der die falsche Partnerin für sich gewählt hat. Gerade eben kam ich wieder aus der Charisma-Analyse, habe mit einem Mann gesprochen, der Mitte, Ende 30 ist und mit einer Frau zehn Jahre lang verheiratet war. Sie haben eine Tochter zusammen und wirklich ein toller Kerl, Herz am rechten Fleck. Selbe Sache wie so häufig, davon haben wir einige Männer bei uns im Coaching, kam aus seiner Ehe an einen Punkt, wo er gesagt hat, es klappt nicht mehr mit ihr, aber ich will es trotzdem weiter versuchen. Grundsätzlich, was ich ja auch applaudiere, weil wenn du einfach so deine Entscheidungen direkt immer in Frage stellst und sagst, hey, ich schmeiße jetzt wieder diese Beziehung weg und probiere es neu, obwohl du es noch nicht versucht hast, wirklich versucht hast, dann solltest du das auf jeden Fall versuchen und versuchen, dass das Ganze dann vielleicht doch klappt. Vor allem mit anderen Sachen versuchen und nicht härter das versuchen, was du sowieso schon die letzten Jahre gemacht hast. Also noch stärker ihr zu zeigen, dass du sie liebst oder noch stärker zu zeigen, dass es dir so wichtig ist, dass die Beziehung hält. Also das ist ja das, was wir immer ganz gerne, dass das Einstein-Zitat, was jeder an dieser Stelle dann gerne zitiert und ich jetzt auch mache, die Definition des Wahnsinns ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das wäre das in dem Fall. Also wir sehen das halt sehr häufig, dass Männer dann sagen so, ja, ich habe ihr dann doch nochmal gezeigt, dass sie mir wichtig ist und dann habe ich ihr doch nochmal, keine Ahnung, ihr Lieblingsessen gekocht oder dann habe ich extra nochmal extra viel Zeit mit ihr verbracht. Ja, aber was ist die Qualität da drin? Was hast du geändert? Du hast einfach nur mehr Quantität vielleicht reingepackt in die Verbindung, die du wieder festigen wolltest, aber du hast nicht das geändert, was du ändern solltest. Vielleicht so, was vielleicht der Kritikpunkt war, wo du sie vielleicht verloren hast oder wo ihr euch vielleicht, das ist sogar akkurater, wo ihr euch beide gleichzeitig verloren habt, sowohl als Paar, als auch ihr selber als Person in Beziehung zu euch selber. Ja, so häufig. Ja, 100 Prozent. Vor allem der Punkt, der es meistens ist, ist, dass in dieser Beziehung, okay, wir machen kurz eine Tangente, die du auch super spannend finden wirst und dann kommen wir wieder zurück zum Thema. Aber es ist vor allem wirklich spannend, weil damit kannst du jetzt schon deine Beziehungen oder schlechte Erfahrungen in Beziehungen jetzt schon vorbeugen, wenn du das weißt. Und zwar, was ich immer wieder erlebe, ist, dass Männer in einer Beziehung sich auf die Normalität der Beziehung mehr und mehr verlassen, also sich zurücklehnen und sich nicht mehr viel Mühe geben, schauen dann halt, kommen nach Hause, kommen spät nach Hause, schauen Fernsehen. Es sind dann immer diese kleinen Sachen, bei denen das Ganze dann, was wie so eine Kettenreaktion auslöst. Die kleinen Sachen, er gibt dir zum Beispiel keinen Kuss, wenn er das Haus verlässt. Er gibt dir keinen Kuss, wenn er sie wieder sieht, wenn er nach Hause kommt. Die kleinen Haushaltstätigkeiten, wie Abspülen oder Müll rausbringen, dann wird das vernachlässigt. Und das spiegelt sich dann wieder, dass sie sich nicht so geliebt fühlt. Wenn sie sich nicht geliebt fühlt, dann schenkt sie ihm weniger Aufmerksamkeit, gibt ihm kein Lob für etwas, was er getan hat. Er möchte mit ihr schlafen, aber sie hat keine Lust, weil sie sich nicht wirklich gewertschätzt fühlt für das, was sie alles tut. Er fühlt sich nicht gewertschätzt. Beide haben dann mehr Clinch miteinander und wollen auch einfach weniger miteinander schlafen. Das Sexleben geht total in die Brüche. Und beides, das schaukelt sich so aufeinander auf und aufeinander auf, weil beide einfach nicht erkannt haben, hey, wir geben uns gerade nicht mehr dieselbe Mühe, wie wir uns am Anfang der Beziehung gegeben haben. Und dann wird einer von beiden Abstand suchen und dann kommt genau der Punkt, den du gerade gemeint hast, Dominik. Sobald dann einer von beiden anfängt, Abstand zu suchen und dann merkt das die andere Person. Nehmen wir es jetzt einfach mal, der Mann merkt dann, dass die Frau Abstand nimmt und mehr und mehr Abstand nimmt und sagt, ich weiß ja nicht. Und dann kommt sie vielleicht irgendwann mit dem Gespräch, hey, vielleicht sollten wir uns trennen. Oft gehört, und für den Mann, das ist ein Riesenschock. Was? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Woher kommt das denn jetzt? Naja, all die Vorzeichen, die hast du nicht erkannt. Aber jetzt auf einmal, woher kommt das jetzt? Und sie möchte jetzt einen Raum zum Atmen haben, einen Raum zum Nachdenken. Und jetzt füllt er diesen Raum, wie du gesagt hast, Dominik, mit ganz, ganz, ganz viel Überaufmerksamkeit. Und kocht ihr was und versucht zu helfen im Haushalt und gibt sich Mühe, zeigt ganz viel, dass er es wieder gut machen möchte. Aber der Zug ist vielleicht noch auf die richtige Spur zu bringen. Aber im Moment mit dem, was er tut, da sind die Weichen schon gestellt. Weil jetzt tust du halt nicht das, was nötig ist. Du hörst nicht zu, was das wirkliche Problem ist. Vielleicht braucht sie auch tatsächlich Abstand, um darüber nachzudenken, ob das Ganze passt. Vielleicht brauchst du ja Abstand, um darüber nachzudenken, ob das Ganze wirklich passt. Vielleicht hast du ja diese Frau auch nur ausgewählt, weil du keine andere Wahl hattest. Und das ist dir nie wirklich aufgefallen. Bis jetzt, wo sie sagt, ich möchte dich nicht mehr. Jetzt kommt die Panik. Deswegen ist es so wichtig, dass du Auswahl hast. Dass du auch aus der Auswahl heraus die richtige aussuchst. Und wie du das machst, darüber wollen wir jetzt sprechen. Unter anderem, wenn du an dem Punkt bist, dass die Ehe definitiv vorbei ist, definitiv gescheitert ist, wie jetzt bei dem Mann, der gerade mit mir in der Charisma-Analyse gesprochen hat, dann ist die Frage, wie fange ich jetzt neu an? Und man, da haben wir so viele Beispiele von Männern, die jahrelang gedacht haben, ich kann vielleicht noch irgendwas tun für diese Ehe. Und sie haben einfach nicht erkannt, dass das von Anfang an nicht der richtige Partner war. Und wenn du von Anfang an nicht den richtigen Partner auswählst, dann kannst du tun, was du willst. Ihr werdet nicht auf den grünen Zweig kommen. Ihr könnt es versuchen. Und dann wird daraus vielleicht eine respektvolle Freundschaft oder eine respektvolle Partnerschaft im Sinne von wie Geschäftspartner. Also wir erziehen dieses Kind zum Wohle des Kindes, aber wir haben keine romantische, sexuelle Beziehung mehr zueinander. Sowas kann funktionieren. Aber ist das wirklich das, was du dir immer erwünscht hast? Was du dir erhofft hast für den Rest deines Lebens oder für so lange, wie die Kinder brauchen, um dann irgendwann das Haus zu verlassen? Ist das echt das Nonplusultra, das du wolltest? Nein. Da kam gerade eine geile Benachrichtigung für mich. Ich mache mal eben hier auf Mute. Das ist nicht das, was wir als Ziel uns setzen, wenn wir sagen, ich möchte diese Frau heiraten und für den Rest meines Lebens mit ihr zusammen verbringen. Dann sollte das ja positiv verlaufen, schön verlaufen und sogar immer schöner werden. Darum, es ist nicht verkehrt, jemanden zu heiraten und das Jawor zu geben. Wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich dasselbe Jahr jetzt mittlerweile auch offiziell vor, weil ich mich jetzt verlobt habe. Aber ich habe eben auch knapp zehn Jahre mit dieser Frau schon verbracht und bin mir sehr, sehr sicher, dass es auch die Frau ist, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Und wir haben sehr viele Dinge erlebt, die das Ganze auch getestet haben, die diese These getestet haben. Schaffen wir es dann auch durch schwierige Zeiten? Und haben wir dieselben Wertevorstellungen? Haben wir dieselben Vorstellungen für unser Leben? Wie wir unser Leben designen wollen? Wie wir unsere Kinder groß erziehen wollen? Und, und, und. Und das ist nicht einfach nur Blabla, sondern innerhalb von zehn Jahren, wie gesagt, wurde dieses Material auch schon mal auf den Prüfstand gestellt. Und, und das ist der Punkt, wo du dich dann auch sehr gerne für eine Frau entscheiden kannst. Das kann natürlich auch kürzer dauern, kann auch länger dauern. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Aber was du auf jeden Fall tun solltest, ist das zu vermeiden, dass du dann die falsche geheiratet hast, mit der einfach keine romantische Beziehung möglich ist. Da haben wir so viele Männer bei uns, die immer wieder zu uns kommen oder bei uns auch im Coaching sind. Der Rolf ist so ein Mann, der bei uns ebenfalls gerade im Coaching ist. Der war mehrmals schon verheiratet. Immer wieder geschieden. Kinder im Spiel. Ja, oft. Eines dieser Kinder ist nicht mal sein Kind, weil einfach eine dieser Frauen ihn in Anführungszeichen betrogen hat. Also, warum in Anführungszeichen? Weil dazu gehören zwei und sein, sein Dazutun dazu war halt entsprechend die falsche Frau auszuwählen und während der Beziehung nicht zu merken, dass es die falsche ist und daran dann schon zu arbeiten. Aber ja, also, da einfach ein Kind draus entstanden ist und das nicht mal seins ist, aber da, also, so viele Männer haben eine ähnliche Geschichte, haben ein Kind, bringen ein Kind aus dieser Beziehung mit, aus dieser Ehe mit und stellen dann nach dieser Trennung fest, das war einfach nicht die richtige Frau für mich. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wieder anfangen soll. Was soll ich, wo soll ich überhaupt Frauen kennenlernen jetzt in meinem Alter? Und dann sind sie halt irgendwie Anfang 40, 50 oder 60 oder was auch immer und haben sich dann vielleicht sogar schon aufgegeben, weil es ist ja dann jetzt zu spät. Ja, weil das der letzte Versuch war. Und oftmals sind ja die Versuche, die sie machen, das genauso wie das Kind, das sie sich dann immer gewünscht haben, dann hoffen sie sich, ja, vielleicht kann dieses Kind die Beziehung wieder auf die rechte Bahn rücken. Und dann wird das so, diese Hoffnung auf das Kind projiziert. Und ja, vielleicht klappt das dann endlich mit unserer Ehe. Und natürlich ist ein Kind kein Substitut für eine gesunde und liebevolle Beziehung. Du solltest diese Beziehung retten, wenn du die Beziehung retten willst. Nicht etwas weiteres hinzufügen, was die Beziehung noch mehr kompliziert macht. Ein Kind kann eine unglaubliche Bereicherung sein, aber wenn du nicht mal die Basis der Beziehung wirklich gerichtet hast, dann ist das nur ein weiterer Schritt, der es ziemlich offensichtlich machen wird, dass sie doch nicht zueinander passt. Und bei ihm waren es auch mehrere Kinder, ja. Christoph, genauso. Christoph ist bei uns im Coaching, der ist 37, ja, genau 37. Und der ist schon seit er 18 war mit einer Frau zusammen gewesen und hat Kinder aus dieser Partnerschaft, die jetzt mittlerweile Teenager sind, ja. Und der hat auch vor kurzem seine Frau, also beide im beidseitigen Einverständnis haben beide die Beziehung beendet und kam zu uns und war, ja, ich möchte neu anfangen. Ja, nach so vielen Jahren, nach mehr als einer Dekade, zwei Dekaden in dieser Beziehung, wo soll ich überhaupt loslegen? Und das ist eine Herausforderung, weil du hast natürlich in diesem Punkt, an diesem Punkt so viel, was du vermeintlich schon investiert hast. Das ist Sunk Cost Fallacy, nennt man das. Das psychologische Phänomen, wenn du schon so viel in eine gewisse Sache oder ein Konzept oder ein Produkt oder irgendwas investiert hast, an Zeit, an Geld, dann je mehr die Zeit voranschreitet, desto weniger willst du dich davon trennen, weil du sagst, ja, nee, nee, das kostet nur noch ein bisschen mehr und dann zahlst du nochmal mehr. Ist wie der Gebrauchtwagen, der schon lange nicht mehr funktioniert, aber du zahlst immer mehr, immer mehr, damit doch nochmal was repariert wird, doch nochmal was repariert wird und dann sagst du, ja, ich kann mich nicht von dem trennen, das ist so ein guter Wagen, ich habe den schon so lange gehabt. Und im Endeffekt wäre es vielleicht doch besser, wenn du dich schon früher von diesem Wagen getrennt hättest, einen anderen Wagen gekauft hättest und unterm Strich hättest du einfach weniger Geld und Zeit verloren und Frust. Und das ist genau die Sache, die diese Beziehungen... Der wertvolle Frust. Und nein, ich verliere meinen Frust. Ja, an dem solltest du natürlich festhalten, an diesem geilen, tollen, schönen Frust. Davon solltest du mehr haben in deinem Leben. Nicht. Also das ist genau das, was wir bei den Männern so oft sehen. Also da muss ja nicht mal eine Ehe hinterstecken mit Kindern und so weiter, sondern auf der anderen Seite sehen wir das ja auch, wenn Männer zu schnell irgendwie eine Beziehung eingehen. Weil, also das ist dasselbe Phänomen. Und es kommt wahrscheinlich aus einem nicht behandelten Trauma von allein gelassen werden als Kind und gleichzeitig dann gepaart mit in meiner Umgebung, in meinem Alter haben alle plötzlich irgendwie eine Beziehung. Ich muss ja auch das haben. Und irgendwie, keine Ahnung, du bist vielleicht Anfang, Mitte 30 oder so. Und siehst dann plötzlich irgendwie, ja, alle meine Freunde haben gerade irgendwie eine Beziehung, bauen Haus oder was auch immer oder kriegen Kinder. Und jetzt bin ich wieder zum Grillen eingeladen hier im Sommer. Irgendwie oder zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Und ich komme immer alleine. Das kann doch nicht sein. Und ich weiß noch ganz genau, ich war irgendwie Anfang 20, 21, 22, einer meiner besten Freunde, Serdar. Mit ihm habe ich zusammengearbeitet auf dem Wochenmarkt. Also er hatte einen Wochenmarktstand und ich war sein Mitarbeiter. Und er hat mir dann eines Morgens erzählt, also er hat das irgendwie auch ganz cool gemacht, so und wie war so dein Wochenende? Und ich habe gesagt, ja, passt. Oder irgendwie war deine Woche so, ja, passt. Und er hat dann gesagt so, ja, ich habe diese Woche erfahren, dass ich Vater werde. Wow. Super cool gemacht. Aber wir waren halt beide so, also ich bin ja älter als er. Und also wir waren ja beide so Anfang 20. Und mein erster Gedanke war dann so, okay, fuck, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Alle kriegen jetzt plötzlich Kinder. Also er war der erste Mal im Freundeskreis die Kinder bekommen. Oder irgendwie Vater geworden ist. Aber mein erster Gedanke war so, okay, fuck, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Das kann doch nicht wahr sein. Und das, also deswegen spreche ich da so intensiv drüber, über diesen Effekt. In deinem Freundeskreis haben plötzlich alle Kinder. Und du denkst, dass du das auch haben musst. Du denkst, dass du plötzlich auch eine Frau haben musst. Und das ist dann so eine, wir nennen das auch dann vielleicht gerne Torschlusspanik oder sowas. Aber da entsteht so ein Druck in dir. Und du glaubst dann, okay, du glaubst dann umso mehr vielleicht sogar. Die nächste Frau, die ich kennenlerne, das muss sie dann sein. Mit der muss ich dann Haus bauen. Direkt ihr Braten in die Röhre schieben. Und dann hier ist alles gegessen. Und ich kann darauf warten, dass ich endlich in Rente gehe oder so. Und dieser Druck ist kein guter Mentor. Das ist kein guter Ratgeber für dich, den Druck zu haben, den Vergleich mit anderen, mit deinem Freundeskreis zu haben. Du weißt ja nicht mal, was deren Biografie ist. Warum die sich jetzt plötzlich für eine Beziehung entschieden haben. Vielleicht, weil sie die richtige gefunden haben. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht, weil sie das Gleiche denken wie du. Und so exponentiert sich genau dieses Problem in der Gesellschaft, in deinem Freundeskreis, keine Ahnung, in deinem Kopf. Und mit diesem Druck gehst du dann raus. Und dann findest du vielleicht mal eine Frau, die dann Interesse an dir hat. Und dann ist es so, okay, ja, das ist sie. Das ist die richtige Frau für mich. Weil du dich einfach ein bisschen weniger einsam fühlst. Oder vielleicht, weil du auch Gefühle von Verliebtheit hast. Weil dir plötzlich jemand Aufmerksamkeit schenkt. Und das kann ja auch vielleicht eine gute Beziehung zu Beginn sein. Aber hinten heraus sind dann so Sachen, wo ihr euch verliert. Also wie ich auch schon vorhin gesagt habe. Ihr als Paar verliert euch, aber auch ihr als Person selber. Das ist etwas, was wir nie aus den Augen verlieren dürfen in der Beziehung. Die Person, die mich kennengelernt hat, die dich kennengelernt hat vielmehr. Die Person, wie sie dich kennengelernt hat, die hat dich in einer gewissen Art kennengelernt. Als jemand, der zum Beispiel sportlich, fleißig ist, der gerne macht und so weiter. Und dann nach einiger Zeit bist du genau das Gegenteil. Oder bist du nur noch zwei von diesen drei Eigenschaften. Und dann ist es halt auch kein Wunder, dass sich dein Partner ein wenig von dir distanziert. Wenn wir zusammenwachsen wollen in einer Beziehung, dann ist das Arbeit miteinander. Dann ist das Kommunikation miteinander. Dann ist es aber auch, um diese Kommunikation zu führen, ist es aber auch, sich selber kennen zu wollen. Und sich selber kennenlernen zu wollen. Das ist halt nichts, was du substituieren kannst mit diesem Druck, ich muss schnell jetzt einen Partner finden. Ja, und viele kennen sich selber noch nicht und hoffen dann, dass die Partnerin ihnen all das gibt, was sie sich immer gewünscht haben. Dass dieses Leid, dieses Loch im Herzen endlich gestopft wird mit der Beziehung. Weil jetzt habe ich ja endlich eine Beziehung. Jetzt regelt sich doch endlich alles. Und dieses alte Sprichwort, Liebe macht blind, ist tatsächlich ein weiser Wegweiser für dich, um einfach ein bisschen länger die Phase der Beziehung zu erkunden, bevor du dich wirklich entscheidest, das Ganze für den Rest deines Lebens offiziell zu machen. Weil anfänglich macht Liebe tatsächlich blind. Dann schauen wir über all die Imperfektionen hinweg und sehen nur das Tolle und das Wundervolle und welches Gefühl sie in uns hervorruft. Und dass das Ganze so schön ist. Und dass wir jetzt endlich alles teilen können mit einem Menschen. Und gerade dieser Wunsch, alles teilen zu wollen, ist dann so groß, dass mit wem ich das dann teile, tatsächlich nicht so ausschlaggebend ist, wie die Tatsache, dass ich es mit jemandem teilen kann. Und nach einer Weile, wenn du den Menschen mehr kennenlernst, nach einigen Monaten, nach einigen Jahren, Jahren, lernst du den Menschen dann doch auf andere Weise kennen und siehst auch mal, wann der Mensch dir Schmerzen zufügt und wann es nicht angenehm ist. Und das ist dann der Punkt, wo du dich fragen musst, kann ich mit diesem Menschen eine langfristige Beziehung führen auf eine Weise, die mich glücklich macht? Oder müsste ich die ganze Zeit trotz all dieser negativen Eigenschaften es managen? Wahre Liebe ist kein Management, weil du durch all diesen Morast dich durchkämpfen musst. wahre Liebe ist, wenn dich all diese, in Anführungsstrichen, negativen Sachen gar nicht so sehr aus dem Konzept bringen, weil du sie wirklich in ihrer Ganzheit liebst. Das Positive wie auch das Negative. Und da verarschen sich selber viele, weil sie sagen, ja, 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 ich weiß, das ist halt, ja, sie hat halt auch diese Seiten, sie ist nicht sehr selbstbewusst, sie hat dies, sie hat das. Aber ja, wir sind jetzt schon so lange zusammen, wieder hier, sunk, caused, fallacy. Oder natürlich, ja, aber ich liebe sie ja doch, sie ist halt doch die Mutter meiner Kinder und irgendwie, ja. Das ist selbst Gehirnwäsche. Da wäschst du dir das Gehirn selber, wenn du versuchst, das alles wieder gerade zu reden und perfekt zu reden, obwohl es nicht genug ist. Du kannst ziemlich genau erkennen, ob jemand wirklich auch die negativen Seiten seiner Partnerin liebt, wenn er davon erzählt und ein Lächeln im Gesicht hat. Wenn er ein Lächeln im Gesicht hat, dann passt die Sache. Wenn er von den negativen Sachen erzählt und dabei ein Lächeln auf dem Gesicht hat, wie, ja, meine Freundin, die schafft es einfach nach Jahren immer noch nicht, die Sachen dahin zu stellen, wo ich sie hingestellt habe und ich habe sie schon tausendmal erklärt. Hier macht das doch viel mehr Sinn, wenn es da steht. Da hast du es griffbereit. Nee, sie fängt immer wieder an und macht es irgendwo anders hin. Naja, Mädels halt. Und wenn er das mit einem Lächeln erzählt, das ist ein schönes Zeichen dafür, dass er tatsächlich auch mit den negativen positiv umgeht. Ich habe jetzt mal ein kleines, nicht so wichtiges Beispiel genommen, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, den ich hier machen möchte, was für Beispiele du wählst, ob dieser Mensch ein guter Partner ist für dich oder nicht. Denn wenn dich so viel stört, dass diese kleinen Sachen gar nicht mehr den Raum einnehmen können, wie jetzt gerade bei mir in diesem Beispiel, und meine Partnerin da immer wieder Sachen falsch hinstellt, wenn es nicht mehr den Raum einnehmen kann, weil du so viele Probleme mit ihr hast, dass diese Kleinigkeiten, über die denkst du gar nicht mehr nach, es sind die großen Sachen, die dich richtig aufregen und weil dich die großen Sachen so sehr aufregen, regen dich die kleinen halt genauso auf. Und alles wird zu so einem Brei aus Problemen. Dann hast du ein richtiges Problem an deiner Hand und dann hast du vielleicht einfach die falsche Person gewählt oder du hast noch keinen Weg gefunden, wie ihr beide wirklich wieder zusammenwachsen könnt. Das kann natürlich sein, aber wie gesagt, wenn das jetzt über Jahre so geht und ihr einfach keinen Weg gefunden habt, zueinander zu kommen, glücklich miteinander eine Beziehung zu führen, dann war es vielleicht einfach die falsche Person. Und Heirat an sich kann etwas Wunderschönes sein. Ich sehe es in zahlreichen Beispielen. Ich habe dasselbe vor, aber Heirat mit der richtigen Partnerin. Und um die richtige Partnerin zu finden, brauchst du einfach mehr Auswahl. Du brauchst mehr Auswahl, das heißt, du musst wissen, ich habe mehrere Kandidatinnen, aus denen ich wählen kann und ich habe herausgefunden, auch in Phasen der Beziehung, die über mehrere Monate oder Jahre gingen, wie diese verschiedenen Arten von Partnern auch mit mir harmonieren oder nicht harmonieren. Und dann kommen wir zu einer Fähigkeit, die die meisten Männer eigentlich intuitiv haben, aber nicht nutzen. Und das ist so offensichtlich, es sich auch anhören mag, dass du jemanden auch wirklich kennenlernst. Dass du ihnen auch die richtigen Fragen stellst, dass du sie beobachtest, dass sie nicht von Anfang an einfach, ja, passt, ja, passt zwischen uns. Passt. Nee. Sondern, dass du diese anfängliche Beziehung auch auf den Prüfstand stellst und guckst, passt das denn weiterhin? Oder was passt denn nicht? Und dann auch die Dinge ansprichst, die nicht passen und guckst, finden wir hier Kompromisse, finden wir hier Lösungen, wie das doch passt. Und du dort nicht einfach von vornherein sagst, naja, ich schaue über alles hinweg, weil, aus den genannten Ausreden, ich habe sonst niemanden oder ich will jetzt einfach mal wieder eine Partnerin haben, ich war so lange einsam. so, das sind nicht gute Gründe für eine Partnerschaft. Aber wenn du tatsächlich den Mumm hast, ihr von Anfang an auch kritische Fragen zu stellen, sie auch kritisch zu begutachten, zu schauen, was sind denn ihre Werte? Ja, wie sieht denn ihr moralischer Kompass aus? Macht sie Dinge, die ich schön finde, an die ich glaube oder macht sie Dinge, an die ich nicht glaube, über die ich jetzt hinwegsehen muss? Hinwegsehen muss. Nicht gut. Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Partnerin und ich, wir waren, als ich hier den Antrag gemacht habe, waren wir in Urlaub und wir waren am Strand, wo, wir wollten eigentlich ein unterirdisches, einen Hafen sehen, den die Römer gebaut haben oder die Griechen gebaut haben, die Helene. Und, und wir wollten dort schnorcheln gehen, aber waren sofort geschockt von dem ganzen Plastikmüll, der überall war, im Wasser. Also, wenn du unter Wasser schnorcheln wolltest, du hast überall kleine, wie als wären überall um dich herum Kristalle. Überall, überall. Aber es waren halt keine Kristalle, sondern es waren Fetzen von Plastik. Und, sie arbeitet ja für eine Umweltberatung. Also, dieses Thema liegt ja am Herzen. Mir auch. Ja, ich hebe jedes Mal, wenn ich am Strand bin, immer irgendwie ein kleines Stück Plastik auf. Das kennt Dominik noch, als wir gemeinsam auf dem Strand waren. Egal wie viel, aber Hauptsache, ein Stück hebe ich mit auf. Ja, ich will Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. So, jedes Mal, wenn ich da bin, dann hebe ich irgendwas auf. Aber das war echt eine Herausforderung, weil wir haben, wir konnten es überhaupt nicht wirklich genießen. Wir haben kaum was gesehen vom Boden, von den Fischen. Ich habe mich einfach mal gezwungen, ich schaue jetzt mal nach unten, ich schaue, ob ich die Fische finde oder irgendwas von dem antiken Hafen. Meine Freundin war nur nach oben, hat die ganze Zeit auf die Oberfläche geschaut, unter Wasser. Das Plastik versucht irgendwie zu finden, nicht zu finden, sondern aufzupicken. Und, ja, dann, als wir auf dem Weg zurück waren, habe ich gesagt, okay, klar, dann helfe ich ihr jetzt, auf geht's, wir sammeln hier ein. und daraus wurde eine ziemlich große Aktion. Wir haben einiges an Sonnenbrand bekommen, aber wir haben Plastiktüten über Plastiktüten, über Plastiktüten getaucht, um die alle aufzusammeln, die auch am Meeresboden waren. So viele Sachen aufgehoben, dann auch am Strand, das Ganze wird ja da angeschwemmt. Dann hat der, ich nehme mal an, der Besitzer, weil dann kam ein Mitarbeiter runter. Ich weiß nicht, ob er das freiwillig gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Besitzer gesagt hat, hier, das ist ganz schön peinlich, die Kunden heben bei uns all die Sachen auf. geh du mal runter und hilf denen. Dann kam der mit einer riesen Plastiktüte, also einer Mülltüte, Müllsack, um mitzuhelfen, es einzusammeln. Wir haben weitergemacht, haben das dann in diesen großen Müllsack reingemacht. Dann war dann noch ein französisches Pärchen. Die haben dann auch mit angefangen aufzusammeln. Wir haben da so eine kleine Kettenreaktion ausgelöst von Leuten, die dann angefangen haben, den Müll aufzusammeln. Wir haben insgesamt vier riesen Mülltüten. Diese, was haben die, 60, 80 Liter Volumen, vier von denen aufgefüllt mit Plastik. Da war so viel. Und natürlich war, also wir hätten da immer noch, wir hätten da noch wochenlang arbeiten können, um das aufzuheben. Naja, aber schon mal einen riesen Batzen geschafft. Und das sind Dinge, weißt du, das sind Beweise, nach denen ich Ausschau halte, ob jemand zu mir passt, ob wir dieselben Werte haben. Nicht einfach nur bla bla, nicht einfach nur im Gespräch gucken und ja, magst du die Natur? Ja, schon, doch, ich gehe gerne wandern. Ah, toll, ja, klasse, wir passen zusammen, wir haben dieselben Interessen. Das reicht nicht. Du musst das Ganze beobachten unter reellen Herausforderungen. Habt ihr wirklich, wenn es hart auf hart kommt, dieselben Werte? Ja, und das findest du nicht heraus, wenn du einfach nur Fragen stellst, sondern dazu musst du auch wirklich mit dieser Person dich auf eine Reise begeben. Durchaus auch wirklich wortwörtlich auf Reisen begeben. Also wenn du mit deiner Partnerin zusammen Urlaub machst, das ist ein hervorragender Test, weil damit habt ihr ein kleines Mikroszenario erschaffen, wo ihr auch zusammen wohnt. Ja, und da kann man mehrere Sachen sehen. Passt das denn, wie wir zusammen wohnen? Harmonisieren wir oder nicht? Haben wir dieselben Ziele, dieselben Dinge, die wir sehen wollen im Urlaub? Wie behandelt sie die Bedienungen? Auch etwas, was du beobachten kannst. Wie behandeln Menschen andere, die nicht in derselben Hierarchie, der sozialen Hierarchie, die gerade an dem Ort herrscht, wie behandeln sie diese Menschen? Wie zum Beispiel eine Bedienung oder eine Putzkraft? Das musst du beobachten. Ich hatte mal eine Frau, mit der ich mich getroffen habe für ein paar Wochen und die hat die ganze Zeit die Bedienung angekeift. Ich habe am Anfang gedacht, okay, ich habe es beobachtet, ich habe gedacht, vielleicht ist das ein legitimer Punkt, den sie hier hat, aber dann ist das öfters aufgetreten, an mehreren Punkten nicht so, nee, das passt nicht zwischen uns, auf gar keinen Fall. Also warum regst du dich die ganze Zeit über die Bedienung auf? Und das sind Dinge, die du einfach wirklich mit offenen Augen begegnen musst und nicht mit dieser rosa-roten Brille. Und das kannst du nur, deswegen habe ich gesagt Auswahl, das kannst du nur, wenn du Auswahl hast. Wenn du die Fähigkeit hast, zu sagen, ich laufe weg, ich drehe mich um, ich werde hier nicht weitermachen. Diese Beziehung, die macht keinen Sinn. Und das eben schon sehr am Anfang dieser Beziehung. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Männer bei uns im Coaching, die kennen diese Frage, aber das ist die Fragestellung, die du dir beim Kennenlernen einer Frau grundsätzlich stellen solltest, schon vom ersten Augenblick an. Denn sie kann nur eine von drei Rollen in deinem Leben erfüllen. Erstens wird sie vielleicht eine gute Freundin werden, vielleicht meine neue beste Freundin, platonisch. Zweitens wird es eine heiße Affäre werden, mit der ich ganz vielen Sex und ganz viele intime Situationen mit ihr erleben werde, die ich sehr genießen werde. aber nicht mit ihr zusammen bin. Oder drittens ist sie potenziell die Frau meines Lebens. Das sind die drei Rollen, die möglich sind. Frau meines Lebens, gute Freundin oder heiße Affäre. Und wenn sie in irgendeine dieser Kategorien nicht reinpasst, dann hat sie in deinem Leben einfach nichts zu suchen, meiner Meinung und meiner Erfahrung und meiner Expertise nach. Dann macht das einfach keinen Sinn. Sie kann eine tolle Freundin sein, wenn ihre Werte passen, aber ihr einfach keine romantische Verbindung habt. Sie kann eine sehr heiße und geile Zeit für dich sein. Ein schönes Kapitel, mit dem ihr beide sehr viel Spaß haben werdet in vielleicht einigen Monaten oder sogar, was über ein paar Jahre sich streckt. Wenn die Werte nicht ganz passen, dann wird auch das kritisch sein. Es kann aber sein, dass ihr dort tatsächlich harmonisiert, sofern ihr nicht wirklich Werte habt, die sich selbst in diesem Bereich beißen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, sie, ich kann es dir nicht sagen, weil selbst dort achte ich auf Werte, die mir auch wichtig sind. Also, sie sollte in jedem Fall zu deinen Werten passen. Sagen wir es so, wenn sie aber deine potenzielle Partnerin wird, dann sind noch mal ganz viel mehr Werte wichtig, auf die du achten solltest. Und nicht nur Werte, sondern auch Lebensvorstellungen. Das Design deines Lebens. Habt ihr dort ein ähnliches Lebensdesign? Weil wenn ihr ein anderes Lebensdesign habt, aber dieselben Werte, dann passt sie zum Beispiel in die Kategorie der heißen Affäre. Wenn ihr trotzdem euch angezogen fühlt. Wenn ihr euch nicht angezogen fühlt, aber dieselben Werte habt, aber ein unterschiedliches Lebensdesign, dann werdet ihr gute Freunde. Und so kannst du jedes Kapitel, dass du mit ihr durchläufst, weiterschauen, passt sie denn in diese Rolle oder in diese Rolle oder in diese Rolle. Du bist der Entscheider, mein Lieber. Ja, zur Verführung gehören zwei. Ihr müsst euch beide füreinander oder gegeneinander entscheiden. Aber du hast ebenfalls diese Entscheidungsmacht. Du kannst sagen, wird sie und das machen Frauen genauso und deswegen funktioniert das Ganze auch, nur wenn das beide machen. sondern du darfst hundertprozentig entscheiden, ist sie von meiner Seite aus potenziell die Frau meines Lebens oder ist sie von meiner Seite aus nur eine gute Freundin und eine heiße Affäre. Und sie kann dieselbe Entscheidung treffen. Und wenn ihr beide dort auf Augenhöhe seid, mit eurer Rolle, die ihr füreinander auserkoren habt, dann könnt ihr dort vorwärts gehen und dann kann das auch wirklich funktionieren zwischen euch für den Rest eures Lebens. Aber halte das weiterhin im Auge. Ja, auch wenn du anfänglich denkst, ja, ja, total, das könnte echt die Frau meines Lebens sein und dann kommen aber kleine Momente, wo du denkst, keine rosa-rote Brille aufhaben, sondern tatsächlich dann schauen, passt das in mein Lebensdesign oder passen die Werte zu mir oder nicht? Vielleicht müsst ihr euch dann von dem Gedanken verabschieden, dass ihr ein Pärchen seid. Vielleicht seid ihr halt nur gute Freunde und dann ist das auch okay. Mich erinnert das gerade an das Live-Coaching, was wir jetzt am Wochenende hatten. Da war ein Teilnehmer, der vor sechs Jahren eine Frau kennengelernt hat und ich meine, er war auch selber schon mal verheiratet und so weiter und hatte schon eine Familie quasi hinter sich, aber also hat entsprechend schon Kinder und hat dann vor sechs Jahren dann diese Frau kennengelernt und hat sich über Hals, Hals über Kopf irgendwie in sie verliebt und sagte dann so, ja, die letzten sechs Jahre habe ich eigentlich kaum jemanden kennengelernt und ich habe ihr dann aber auch schon oft meine Liebe gestanden und vor drei Jahren haben wir uns mal ein Neujahr geküsst und sein Wortlaut, wo wir beide wo wir beide dann interveniert haben an der Stelle war dann, ja, aber sie ist ja so besonders. Klar, super besonders. Sie ist die Richtige, hat er gesagt. Seine Frage war ja, was soll ich tun, wenn ich die Richtige gefunden habe, aber seit sechs Jahren bei ihr in der Friendzone bin? Ja. Allein da waren wir schon schon, ja, schon hell übrig. Das kann ja dann nicht die Richtige sein. Genau. Aber das ist dann genau diese, diese Verlorenheit, die Männer dann an dieser Stelle haben. Er hat nie sich zum Ziel gesetzt, diese Frau wirklich kennenzulernen, herauszufinden, ob diese Frau wirklich zu ihm passt. sie hat sich die Mühe gemacht und deswegen hat sie auch glasklar gesagt so, du bist nur ein Freund für mich, weil ich finde dich trotzdem nett und keine Ahnung, böse Zungen würden jetzt behaupten, sie nutzt ihn aus, aber warum sollte sie das tun? Keine Ahnung. Also um all diese Stimmen gerade hier auch anzusprechen, warum sollte sie das tun? Warum sollten wir davon ausgehen, dass irgendjemand schlechte Hintergedanken, negative Hintergedanken hat? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn du davon ausgehst, das ist ein positiver Ort. Genau, genau. Die Welt ist ein freundlicher Ort. Wenn du davon ausgehst, dass sie das absichtlich macht, weil sie negative Hintergedanken hat, dann ist das nur eine Spiegelung von deinen eigenen Ängsten und Vorstellungskraft. Das bedeutet, dass du negative Hintergedanken hast, wenn du jemanden kennenlernst und die versuchst du gerade auf jemand anderen zu projizieren. Wenn du davon ausgehst, dass sie nur Gutes im Sinn hat, dann wirst du auch mehr Menschen treffen, die nur Gutes im Sinn haben, weil du auch nur Gutes im Sinn hast und gleich ist sie dort Gleiches an. Von daher, aber das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, die müssen wir jetzt nicht spüren. Ja, genau. Haben wir auch einige Folgen, glaube ich, schon in den letzten 70 Folgen drüber gemacht. Aber genau, was sie gemacht hat, ist, sie hat sich das Ziel gesetzt, ihn kennenzulernen über die letzten Jahre und wahrscheinlich hat sie ihn nach einem, nach zwei Jahren so kennengelernt, dass sie gesagt hat, wir sind nur befreundet miteinander. Aber er hat sich nicht auf diese Reise begeben, sie kennenzulernen. Er hat einfach nur gedacht so, okay, wow, sie ist hübsch oder sie ist so toll und dann hat er so Dinge aufgezählt, die sie so besonders machen. Aber das sind Sachen, die sehr austauschbar waren. So zum Beispiel, sie ist ein guter Mensch, sie ist sehr zuverlässig, sie hat selber, von mir ist das auch eine Tochter, ist eine sehr gute Mutter und so weiter. Okay, schön. Das ist alles rationalisiert, dass du durch diese Rationalisierung gibst du dir eine Ausrede oder Futter für deine Ausrede, dass du dich nicht von ihr verabschieden solltest, dass du dich nicht auf andere Frauen zubegeben solltest. Stattdessen, sunk cost for this, die haben wir auch vorhin, hast du ja auch gerade gesagt, Andi, stattdessen gibst du mehr Energie in dieses System rein. Mehr, mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit, mehr Emotion, mehr Verzweiflung, mehr Frust und dann fällt es dir nach sechs Jahren umso schwerer natürlich, dann zu sagen, okay, sie ist wahrscheinlich nicht die Richtige, sondern du hast halt schon so viel investiert und dann fällt es dir halt noch schwerer, diese Frau loszulassen. Und jetzt stell dir mal vor, das Gleiche wird er wahrscheinlich auch in seiner Ehe gemacht haben, die er davor hatte. Diese Verlorenheit, die Männer haben, weil sie sich nicht trauen, auszuwählen, nicht trauen, die richtigen Fragen zu stellen. Und was meine ich mit den richtigen Fragen, die Fragen, wie Andi jetzt auch gerade schon gesagt hat, die darauf abzielen, die Werte, die Person hinter dieser Frau kennenzulernen. Weil, also, du hast nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten, in diesem Körper und gehen wir mal einfach nur davon aus, dass deine Seele nicht nach dem Tod weiterlebt, sondern du einfach danach weg bist. Und du willst deine Zeit wirklich damit verschwenden, dass deine Beziehungen möglichst schwer sind, dass du immer daran hart arbeiten musst. Ich sage nicht, dass Beziehungen nicht auch Arbeit sind, weil ihr euch gegenseitig kennenlernt und gegenseitig auch oder selber auch kennenlernt und dann auch schaut, dass ihr noch auf demselben Weg seid und so weiter. Das ist Arbeit, natürlich. aber es ist eine andere Art von Arbeit, zu sagen, okay, ich muss sie davon überzeugen, dass sie auch sieht, dass sie die Richtige für mich ist. Und dann zu sagen, sie ist die Richtige für mich mit all diesem, mit all ihrem Verhalten, dass sie sich auf Abstand hält von dir, dann ist die Frage, hörst du dir wirklich selber zu, wenn du sagst, sie ist die Richtige? Dann möchtest du wirklich so behandelt werden? Dann kann sie nicht die Richtige für dich sein. Es sei denn, du möchtest so behandelt werden, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, ich kann da immer nur schon, also ich kann dir immer nur helfen, wenn du zu uns kommst und das ist halt an dem Punkt, an dem du bist. Also oftmals ist da einfach schon der, also die ersten 10, 20 Jahre von deiner potenziellen Suche nach der richtigen, die sind halt schon vergangen. Ja, ich kann die, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber du solltest halt wissen, die Zeit wird immer weiter voranschreiten. Also wann, wann willst du denn jetzt was ändern? Nochmal fünf Jahre später, nochmal zehn Jahre später auf derselben Stelle rumtreten? Es ist zum Zeit der Aufnahme des Podcasts, es ist schon 2023. Wie lange willst du noch warten? Ja, vielleicht hörst du die Folge nächstes Jahr, paar Jahre später. Wir sehen ja immer wieder Gesichter in diesem Live-Online-Seminar, sehen wir die Gesichter manchmal, die wir schon vor ein paar Jahren gesehen haben und immer noch keine Veränderung, nichts. Und wir, wir fragen sie, also du kommst jetzt immer wieder hierher, du stellst dieselben Fragen, warum arbeiten wir noch nicht zusammen, warum sind wir noch nicht im Coaching? Und naja, wenn er halt selber für sich noch in diesem Trugschluss lebt, ich krieg das irgendwie alleine hin, aber er kriegt halt nicht alleine hin, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich kann dir nur so weit helfen, wie du selber gewillt bist, auch geholfen zu werden und vorwärts zu gehen. Und da haben wir eine Diskrepanz der Vorstellung, wie viel was kostet. Ich meine jetzt nicht nur Geld, ich meine auch Zeit, Energie. Weil wenn du mit einer Frau zusammen bist und über Jahre zusammen bist, Dekaden zusammen bist, die einfach nicht passt, dann hast du diesen Frust, von dem wir vorhin geredet haben, der so kostbar ist, den du nicht verlieren solltest, dann hast du vielleicht sehr viel Frust verloren an diese Frau. Du hast sehr viel Geld verloren, weil du für die Hochzeit gezahlt hast, weil du im Rahmen der Scheidung für Anwälte zahlen musstest, für deine, für ihre, für die Gerichtskosten, du musstest vielleicht für die Kinder weiterhin bezahlen, für die du auch gerne zahlst, aber du würdest vielleicht auch gerne mehr Mitspracherecht dabei haben und nicht einfach nur ihr die Elemente geben und gucken, wo das Geld dann bleibt. Also da gibt es so viele Kostenpunkte. Nicht nur das mit Kindern, also das etwas, was wir vielleicht vernachlässigen an diesem Punkt, das möchte ich gerade nochmal sagen, ein Kind, das in einem gespaltenen Haushalt aufwächst, in einer gespaltenen Ehe und einfach nur sieht, keine Ahnung, die Mutter den Vater dominiert oder andersrum in irgendeiner Form häusliche Gewalt stattfindet, ob es jetzt physisch oder psychisch ist, das ist die Kosten, die du auf dieses Kind, diese emotionalen Kosten, die damit verbunden sind, dieses, was das Kind davon abbekommt und damit sind auch nicht finanzielle Kosten gemeint, sondern emotionale Kosten, seelische Kosten, die sich hochskalieren auf etwas, das ist ein Butterfly-Effekt, Ripple-Effekt. Also du weißt nicht, was diese arme Kinderseele, fünf, sechs Jahre, die ständig mitbekommen, dass Mama und Papa sich gar nicht belieb haben oder sich sogar noch streiten und sich keine Zuneigung zeigen können, was das mit einem Kind in 20 Jahren macht, wo es dann feststellt, ich will eigentlich auch gerne einen Partner in meinem Leben haben, aber meine Vorbilder für eine gesunde Partnerschaft haben sich auf Abstand gehalten und das heißt, ich muss wahrscheinlich auch leiden, ich muss wahrscheinlich auch jemanden finden, den ich dann schnell wieder auf Abstand halte, aber ich möchte jemanden in meiner Nähe haben, ich möchte jemanden haben, mit dem ich morgens aufwache, aber ich muss diesen jemanden behandeln, als wäre er unsichtbar für mich, weil so funktionieren Beziehungen, das ist das Einzige, wie ich es kenne. Wir suchen nicht nach einem Partner, der uns gut tut, der uns gute Gefühle schenkt oder der uns so liebt, dass wir uns immer geborgen fühlen. Das kann passieren, aber es ist sehr abhängig davon, wie du es gelernt hast von deinen eigenen Eltern. Wir suchen nämlich in einem Menschen als potenziellen Partner immer nur das, was sich irgendwie familiär anfühlt, also etwas, was du selber kennst. Und wenn du es selber kennst von der Vergangenheit, dass deine Eltern sich immer nur kalt und kühl behandelt haben, dann ist das, wonach du suchst. Und dann findest du ständig nur Menschen, Partner, mit denen du dann zusammen bist, die dich kalt und kühl behandeln. Das passiert ganz unterbewusst, weil du hast nicht nach jemandem gesucht, der dich gut behandelt, sondern du hast nach etwas gesucht, was du kennst, was du kennst und als Liebe assoziierst. Und das ist die erste Liebe, die wir kennenlernen, ist die Liebe, die wir selber sehen, von Mann und Frau, zum Beispiel unserer Eltern. Und wenn das das Beispiel ist, das ist der Prototyp für Liebe, dann werden wir den immer wieder nachmachen. Als Kinder wollen wir nie so werden wie unsere Eltern, aber wir werden sie immer nachmachen. Das ist ein unglaublich schwieriger und seltener Schritt, den nicht viele Menschen schaffen, dort diesen Kreislauf zu brechen und zu sagen, ich mache das jetzt tatsächlich anders, wirklich anders. Dazu musst du sehr viel eigene Arbeit verrichten und auch wirklich mit deinen Partnern verrichten, um das aufzulösen, um das aufzuarbeiten, wie du einfach verkorkst wurdest, wir wurden alle verkorkst von unseren Eltern irgendwie, von unseren Vorbildern. Ist so, das lässt sich auch nicht verhindern, ich werde auch meine Kinder irgendwie verkorksen, du deine auch, du hast deine auch irgendwo verkorkst, das ist normal, wir sind Menschen, aber die Frage ist halt, willst du sie bei den Dingen, die wirklich zählen, die wirklich wichtig sind und wie du eine Beziehung führst, ist verdammt wichtig, wen du als Partner und das fängt an bei der Partner Wahl, da geht das einfach los, wirst du die Partner auswählen, die dir nicht gut tun, aber du sagst dir halt, ja, aber irgendwie ist sie doch Richtige, dann ist sie einfach nicht die Richtige, vielleicht wäre sie die Richtige für dich, wenn du ein anderer Mann wärst, aber der bist du nicht, oder der bist du noch nicht, okay, wie kannst du der werden, das ist die Frage, nach wie gewinne ich meine Ex zurück, naja, aktuell unmöglich, das muss ich den Männern dann sagen, deswegen reden wir auch ungerne über Ex halt, naja, ich muss mich ja nicht ändern, oder ich muss ihr einfach nur mehr zeigen, dass ich sie wirklich liebe. wollen einfach nur jammern, aber wirklich zu verstehen, dass du ein anderer Mann werden musst, um ein anderer Mann zu werden, brauchst du Freiraum, Platz, ihr braucht beide Abstand und nur wenn ihr in diesem Abstand eure eigene neue Vision von euch leben und werden können dann könnt ihr als neue Menschen wieder geboren dann könntet ihr vielleicht wieder zusammen kommen ist möglich ist nicht unmöglich aber im jetzigen Zustand unmöglich und das ist oft der Fall ja diese ganzen Kosten die du hast wenn du den falschen Partner wählst die lassen sich oft gar nicht aufwiegen wie du gesagt hast Dominik wenn du die Kinder da mit rein ziehst und dann dann stehst da halte ich mich mit dem Dominik mit dem Andy ich bin in der Charisma Analyse ich habe mir meinen Flirttyp analysieren lassen ich weiß was mein Charisma Potenzial ist ich würde gerne mit den Jungs zusammen arbeiten wie können wir denn im Coaching zusammen starten und dann erfährst du dass das 2.500 bis zu 20.000 Euro je nachdem welches intensive Level du bei uns hast Einzelcoaching Gruppen Coaching und das geht halt los bei 2.500 das ist ganz schön viel Geld ich weiß nicht ob ich das investieren will lieber was lieber investierst du dein Geld in diese miserable Beziehung und die nächste miserable Beziehung und wirst dann wieder dasselbe Ergebnis haben wieder 10 Jahre später so viele Jahre verschwendet haben also in meiner Rechnung in meiner Kostenrechnung geht das nicht auf vielleicht geht das ja bei dir auf aber bei mir geht das nicht auf für mich ist das in mich zu investieren in meine Entwicklung zu investieren in mein Glück in meine Zufriedenheit in die Liebe dass ich die Liebe anziehen kann die ich immer wollte also da habe ich persönlich schon deutlich mehr als das ausgegeben deutlich mehr fünfstellig weil das mir einfach so wichtig ist und mein Ergebnis lässt sich sehen ich bin super zufrieden mit meiner Partnerin aber ich hätte das nicht geschafft wenn ich diese typischen Fallen einfach wenn ich in diese Fallen getreten wäre über die wir heute sehr viel gesprochen haben ja mein Lieber also wenn du mit uns arbeiten möchtest wenn du dir ebenfalls diese kostenlose Flirttyp-Analyse und dein Charisma-Potenzial einmal von uns von Experten anschauen möchtest anschauen lassen möchtest dann kommen die Flirttyp- und Charisma-Analyse der Link ist www.flirtanalyse.de findest du auch in der Beschreibung von diesem Video von der Podcast-Folge in den Notes und dann sprechen wir miteinander und gucken wie du das Ziel das du hast vielleicht gerade als neu gewonnener freier Mann nach dieser gescheiterten Ehe nach dieser gescheiterten Beziehung jetzt wieder neu anfangen kannst und mehr Erfahrungen wahrscheinlich willst du erstmal mehr Erfahrungen sammeln bevor du dann die richtige findest auch erreichen kannst und dann auch die Erfahrungen mit den richtigen Frauen sammeln kannst die dich gerne zurück erinnerst mit denen du auch gerne eine weitere Bekanntschaft Beziehung Freundschaft wie auch immer weiter führen möchtest weil warum nicht warum solltest du nicht mit Frauen befreundet sein mit denen du geschlafen hast ich habe tausend Freundschaften mit Frauen gegründet mit denen ich geschlafen habe von vielen davon bin ich immer noch auch jetzt noch nach 10 15 Jahren immer noch befreundet ja das ist möglich das kannst du haben das ist machbar und dann kannst du entlang dieser Reise dann auch die richtige finden und wir helfen dir dabei drei Monate geht unser Basiscoaching das geht drei Monate sehr intensiv da musst du auch Zeit für dich mitbringen wir nehmen da nicht jeden weil wir haben auch weißt du die Bilder die hinter mir hängen die sind mir sehr wichtig weil das sind alles glückliche Gesichter die meiner persönlichen Vision entspringen entsprechen dass ich gerne Menschen zusammenführe und irgendwann mal ganz ganz viele Andy also nicht meine Babys sondern die Babys von Männern und Frauen die zusammengefunden haben durch unsere Mitarbeit das ist mein das das treibt mich an das ist was ich unbedingt sehen möchte ganz ganz viele glückliche Pärchen glückliche Babys und die Welt wird ein schönerer Ort und Leute lieben sich mehr das da hinten das ist mir verdammt wichtig dass da so viele glückliche Pärchen zu sehen sind und wenn du zu uns kommst und du willst es gar nicht wirklich durchziehen oder du hast eine Vorstellung von ja ich will einfach nur ein bisschen mal was probieren ein paar Tipps haben und dann ein bisschen Sex haben und das reicht mir schon dann habe ich kein Interesse an dir zusammen mit dir zusammenzuarbeiten ja also wenn das passt von unserer Seite aus dann laden wir dich dazu ein bei uns auch in der Flirt Masterclass mit einer ausgewählten Gruppe an Männern die so wie ticken wie du dort sind weil aufgrund von der gemeinsamen Wertevorstellung Freundschaften fürs Leben entstanden Gruppe haben wir begonnen 2018 also schon seit 5 Jahren und da sind so viele Männer die vor 5 Jahren sich kennengelernt haben und sich immer noch regelmäßig treffen die Freundschaften fürs Leben wie gesagt ja Werte müssen zusammenpassen Lebensvorstellung muss zusammenpassen und wenn du dann auch noch Anziehung für diesen Menschen verspürst hey dann dann hast du die Richtige getroffen und dabei können wir dir helfen dabei wollen wir dir auch gerne helfen aber dann müssen wir einfach schauen passen wir zueinander und deswegen kommen wir in die kostenlose Flirti. Harismanalyse Link ist in der Beschreibung www.flirtanalyse.de und wir schauen einfach mal was denn deine Ziele sind wie wir dir dabei helfen und wie du in den nächsten paar Monaten dort schon erhebliche Fortschritte machen kannst vielleicht auch schon die richtige kennenlernst in den nächsten Wochen oder Monaten ist ja auch schon häufig vorgekommen bei uns wie dem Stefan der ebenfalls seine Verlobte nach drei Wochen im Coaching kennengelernt hat viele Männer haben das geschafft also mein Lieber haben wir noch was über das wir reden sollten Dominik ansonsten würde ich auf die Fahrhinweise kommen die den Hörern die Fahrhinweise sind das was wir jetzt noch mitgeben sollten dann weil ich ja weiß dass viele den Podcast auch beim Autofahren hören fahr bitte vorsichtig damit du der Frauenwelt und der richtigen die noch kommen wird auch erhalten bleibst und ganz ganz viele glückliche Jahre mit dir zusammen erlebst also fahr vorsichtig wir sehen uns in der nächsten Folge oder in der Charisma Analyse an Bis zum nächsten Mal.